Wir haben einfach unsere zehntausendste Bestellung erhalten. Ich bin so gespannt, was Hugo bestellt hat. Zudem habe ich wie immer eine riesen Überraschung für dich. Als erstes hat Hugo ein Kinder Creamy bestellt. Freunde, die sind so lecker, die Dinger. Weiter geht es mit einer 90-Gramm-Packung Takis Fuego. Dann einmal Nerds Grape & Strawberry, 142 Gramm. Weiter geht es mit zwei Packungen OGs. Liebes TikTok-Team, das ist nur Schokolade. Außerdem liebt Hugo Schärfe, deswegen hat er sich zweimal den Hotchip bestellt. Jetzt pass auf, Hugo, da du unsere zehntausendste Bestellung bist, bekommst du einmal das Takis Blue Heat Bundle Vollungsgeschenk, in dem man zehnmal Takis Blue Heat bekommt und sich zehn Euro spart. Check auch unbedingt deine Mails, denn dort findest du ein 200-Euro-Gutscheincode für Candypeak. Ich habe auch noch eine Überraschung für euch. Schreibt gerne mal eure Bestellnummer in die Kommentare, denn die nächste Bestellung, die in ein Video kommt, bekommt all unsere Cheetos geschenkt, die wir nur für euch geholt haben. Link zum Shop findest du in der Bio.